Musik 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 Hey, hey, 1895! Hey, hey, 1895! Hey, hey, 1895! Hey, hey! All the fire, all the fire, all the fire, all the fire. All the fire, all the fire, all the fire, all the fire. All the fire, all the fire, all the fire. All the fire, all the fire, all the fire. All the fire, all the fire, all the fire. All the fire, all the fire, all the fire. 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 Und damit kommen wir zum nächsten Spieler, tja, der war von Vernetzungspech leider verfolgt. 10 Spiele hat er gemacht für die Fortuna, eine Eingabe von Erges Anderecht und Nummer 13 im Sturm, die Vigilie. UDIGIE! Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Spieler, ich möchte was sagen, man of the match today. Mit seinem unverreichteten Drittling, mit seinem tollen 2-0, hat er in 1-3 zu spielen und Riesenfreude bedankt. Wir haben uns verraten, 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 wir haben uns verraten Wir haben hier noch ein paar Minuten. Vielen Dank für euch! 25.000 Stunden! Kamera! Anders los! Kamera! Anders los! Anders los! Und als nächstes der Mann mit 28 Spielen mit der einzige Tor geschossen hat. Heute war noch einmal erfolgreich. Leingabe von Werner Bremen. Wer noch gern verletzt, leider die Fortuna. Und der Nummer 34. Martin! 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 Die 34. Martin! 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 Und jetzt bedanken wir uns bei einem Spieler, den wir in letzter Zeit leider nicht so oft gesehen haben. Der viel vernetzt war. Aber ohne diesen Spieler würden wir heute nicht hier diese feste Fight. Er hat den Siegfresser beim VfH im letztes Jahr erzielen als 2-3. Vielen Dank für den beiden. Deni! Kauau! Kauau! Das ist alles! Kauau! 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 war er unser Fein oder ist der Fein. 48 Spiele hat er insgesamt gemacht und durch wird auch geschossen. Unsere Nummer 8, Stefan! Sieger! Sieger! Und es geht weiter. Wir haben einen ganz kreunen Spieler. Er hat noch zehn fast einen Mann auf dem Platz. Er hat sich mit allen angelegt, mit ihm in die Quere kamen. Ich bin der Schiedsrichter. Wir bedanken uns bei Olivier! Er hat sich mit allen angelegt, mit allen angelegt, mit allen angelegt, mit allen angelegt. Er hat sich mit allen angelegt, mit allen angelegt, mit allen angelegt, mit allen angelegt.